Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video zeige ich euch mal dieses Notebook hier. Das ist ein Lenovo Notebook. Das hat das Problem, dass es prinzipiell einwandfrei funktioniert, aber ungefähr nach 10 Minuten, wenn man spielt, stürzt es ab und das Notebook geht aus. Wenn man das Notebook mit Windows 10 betreibt und surft oder irgendwas schreibt, dann funktioniert das Gerät ganz einwandfrei, auch stundenlang, aber sobald man ein Spiel startet und das Notebook schaltet um auf die eingebaute Nvidia-Grafikkarte, dann funktioniert das 10 Minuten, dann überhitzt die Grafikkarte auf über 90 Grad und das Notebook schaltet sich direkt aus. Ich hatte das Notebook schon mal auf Viren überprüft und alle Treiber aktualisiert, aber da ist kein Problem vorhanden. Und jetzt schraube ich das Notebook mal auf, da zeige ich mal, wie man den Lüfter sauber macht und wie man die Wärmeleitpaste auf der CPU und auf der Grafikkarte austauscht, also die Heatpipe wechselt. Dann bei der Gelegenheit zeige ich nochmal, wie man hier in dieses Lenovo eine SSD einbaut und das RAM upgradet. Zuerst natürlich mal runterfahren, ausschalten, zuklappen, rumdrehen und den Akku rausnehmen. Bei den G70 Modellen wird der Akku einfach hier hinten rausgenommen, das ist ziemlich einfach und dieses Modell hat auch eine große Bodenklappe, das ist diese hier, die ist mit zwei Schrauben befestigt, einmal hier links, einmal hier rechts. Die Schrauben habe ich schon mal rausgeschraubt und dann kann man diese Klappe einfach hier abmachen und wegnehmen. Hier sieht man jetzt das Notebook von unten und das ist auch ganz gut gebaut, das ist alles gut zugänglich. Da hat es einmal hier die Lautsprecher, einmal hier links ein und dann hier rechts ist ein Lautsprecher, dann hat es hier die Festplatte oder SSD, in dem Fall ist jetzt hier schon eine SSD eingebaut. Das Notebook hat zwei RAM-Steckplätze mit DDR3L-Modulen, also mit 1,5 Volt Modulen, einmal hier, einmal da, da ist schon eins drin. Hier hat es dann das WLAN oder Wi-Fi Modul, hier drüben hat es den Lüfter und die Heatpipe und hier unten drunter ist dann das optische Laufwerk, das DVD-Laufwerk, das kann man recht leicht rausschrauben. Hinter dem Laufwerk ist eine kleine Schraube, die kann man hier rausschrauben und da vorne hängt die dann dran und dann kann man das Laufwerk ganz leicht rausziehen. Die Festplatte oder das SSD-Laufwerk ist hier eingebaut und hier mit so einem Rahmen befestigt, das ist so eine Metallschiene. Da sind zwei Schrauben dran, einmal hier links und einmal hier rechts, die habe ich schon mal rausgeschraubt. Und wenn die Schrauben draußen sind, kann man das Laufwerk einfach hier so ein bisschen nach links schieben und dann kann man das hier so ausbauen. Wenn ihr das Laufwerk oder die SSD wechseln wollt, dann müsst ihr diesen Metallrahmen abschrauben. Der ist mit zwei Schrauben befestigt, habe ich hier schon mal abgeschraubt und dann ist hier auf der rechten Seite der Anschluss für SATA und für Strom. Dann muss man die neue Platte entsprechend genauso einbauen oder die neue SSD und dann wird die hier wieder reingeschoben und festgeschraubt. Wenn ihr wissen wollt, wie man eine SSD auf eine andere SSD klont, das geht auch mit einer Festplatte zu Festplatte oder mit einer Festplatte zu einer SSD, da blende ich hier oben mal eine Infokarte ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man so eine Festplatte aus dem Notebook klont auf eine SSD und wieder einbaut und dann hat man das originale Windows mit seinen Programmen alle wieder drauf und kann dann ganz normal mit weiterarbeiten. Hier rechts kann man zwei DDR3 RAM Module einbauen. Das sind DDR3 L RAM Module, das heißt die funktionieren mit 1,35 Volt. So sehen die dann aus. Das ist dann die eine Seite und das ist dann die Vorderseite. Diese DDR3 L RAM Module, die haben hier neben so ein kleines L nochmal in der Bezeichnung meistens. Manchmal steht hier auch 1,35 Volt drauf. Also 1,5 Volt RAM Module funktionieren hier nicht. Und hier passen rein entweder 2,8er oder 2,4er. Hier rechts befindet sich der Lüfter von dem Notebook. Der ist sehr leicht zugänglich, wie man sieht. Man muss nur die Platte entfernen und dann kommt man da sehr gut dran. Und mit einem Pinsel und einem Staubsauger kann man hier dieses Lüfterrädchen ganz gut sauber machen. Und da blende ich hier oben auch nochmal ein Video ein. Da wird gezeigt, wie das geht. Man kann den Lüfter auch sehr einfach ausbauen. Da muss man drei Schrauben hier bei diesem Modell entfernen. Die habe ich hier schon mal rausgeschraubt, die drei. Die sitzen einmal hier, einmal hier und einmal hier unten. Und dann kann man diesen Lüfter entnehmen. Das macht auch Sinn, weil wenn man jetzt hier mal reinschaut, da ist ein großer Hohlraum. Da sammelt sich auch immer Staub an und den kriegt man im eingebauten Zustand sehr schlecht raus. Wenn man die drei Schrauben gelöst hat, dann braucht man nur noch dieses kleine Stromkabel hier abzuziehen. Und dann hat man den Lüfter ausgebaut. So sieht der Lüfter in der Nahaufnahme aus. Also wenn ihr einen Lüfter braucht für euer Lenovo G70, dann müsste der so aussehen. Hier hinten sieht man diese Kühlrippen, durch die die Luft geblasen wird, zum Kühlen der Heatpipe hier. Und da kann auch jede Menge Staub drin sein. Also ist es immer sinnvoll, wenn man den Lüfter ausbaut, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und hier hinten nochmal Pinsel und Staubsauger benutzt, um hier diese Kühlrippen auch richtig sauber zu kriegen. Weil wenn die zu sind mit Staub, dann kann natürlich auch ein sauberer und neuer Lüfter hier nichts mehr kühlen. Auf der Unterseite gibt es bei diesem Modell drei Schrauben, die die Tastatur festhalten. Und zwar ist es hier oben Schraube Nummer 1. Dann gibt es hier noch eine Schraube, Schraube Nummer 2. Und hier ist die dritte Schraube. Da ist auch jeweils so ein kleines Tastatursymbol neben diesem Schraubloch. Und die drei Schrauben habe ich jetzt rausgeschraubt und kann dann gleich die Tastatur rausnehmen. Schaut mal bei euch, dass bei eurem Modell das auch drei Schrauben sind. Es könnte natürlich immer sein, dass Lenovo da in der Fertigung immer eine Abweichung hat und das vielleicht irgendwo noch eine vierte oder sogar eine fünfte ist. Ich habe das Notebook jetzt wieder herumgedreht und aufgeklappt. Und jetzt braucht man einen kleinen flachen Schraubenzieher. Da kann man hier oben unter die Tastatur gehen, kann die so ein bisschen anheben. Muss man ganz vorsichtig machen und kann die dann ganz vorsichtig hier rausziehen. Die Tastatur ist natürlich noch mit dem Tastaturkabel befestigt. Da nimmt man die Tastatur, klappt die so einmal rum und jetzt kann man hier mit diesem kleinen flachen Schraubenzieher so einen Stecker lösen. Zieht das Kabel vorsichtig raus und jetzt sieht man auch hier diese Verriegelung besser. Diese kleine helle Verriegelung, die muss gelöst werden. Die ist im Normalfall so unten. Da geht man mit dem Schraubenzieher so ein bisschen hin und hebelt die so auf. Und jetzt kann man den Stecker da rausziehen. Habe ich ja schon gemacht. Oder dann auch gleich wieder reinstecken, wenn man es zusammenbaut. Wenn ihr eine neue Tastatur braucht für euer Lenovo G70, dann sieht die so aus. Und zwar hat die hier unten so Laschen, da hakt die sich ein. Das sind hier in dem Fall fünf Stück. Und von hinten sieht man das. Da sind hier diese drei Gewinde. Eins, zwei, drei. Da waren dann die drei Schrauben drin, die ich da rausgeschraubt habe. Und wie man sieht, ist die Tastatur ziemlich biegsam, nicht allzu stabil. Die geht auch leicht kaputt. Unter der Tastatur findet man noch verschiedene Schrauben. Hier sind das dann eins, zwei und drei. Die schraube ich jetzt gleich mal raus. Dann sind hier noch mehrere Kabel. Eins, zwei, drei und vier. Die haben auch diese Riegel. Die mache ich alle mal auf. Kann man entweder mit dem Schraubenzieher machen. Geht auch mit dem Fingernagel. Macht mal vielleicht ein bisschen weniger kaputt. Und dann kann man hier diese kleinen Flachbandkabel so rausziehen. Als nächstes habe ich aus dem Notebook-Boden elf Schrauben rausgeschraubt. Das sind die schwarzen, die hier liegen. Die sind hier unten zum Beispiel eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und so weiter. Die sind hier über den ganzen Notebook-Boden verteilt. Und hier hinten im Akkufach sind noch zwei Schrauben gewesen. Einmal hier und einmal da. Das sind diese beiden hellen Schrauben. Dann habe ich die Antennen gelöst. Das sind diese beiden von dem Wi-Fi-Modul. Und habe die hier so rausgemacht, damit die sich nachher nicht verhaken. Hier unten gibt es noch einen kleinen Stecker. Den habe ich gelöst. Das ist dieser hier. Der verbindet hier die Lautsprecher mit der Hauptplatine. Wenn ihr dann unten alle Schrauben entfernt habt, dann könnt ihr das Notebook wieder rumdrehen, so wie es jetzt hier zu sehen ist. Dann kann man diese komplette Klappe hier oben entfernen. Also diese Abdeckung, das sieht prinzipiell dann so aus. Man hebt die so nach oben und die rastet dann so aus. Und dann kann man die hier so wegnehmen. Und so sieht diese Abdeckung von unten aus. Ganz wichtig beim Abmachen ist, dass alle Schrauben, die da unten im Boden drin sind, rausgeschraubt sind. Und dass auch diese kleinen Flachbandkabel hier, dass die alle lose sind und aus dem Stecker rausgezogen sind. Dass die sich also nicht verklemmen und hier nichts abreißt. Das heißt, wenn man diese Abdeckung hier abmacht. Wenn man diese Abdeckung bei dem Lenovo hier abmacht, dann muss man schauen. Diese Abdeckung, die ist nochmal zusätzlich zu den Schrauben festgeklipst. Die Klipse sind alleine stark genug bei diesem Modell, um diese Oberschale da drauf zu halten. Also die Schrauben, die braucht man eigentlich gar nicht. Und das war ein ganz schöner Widerstand. Und wie man jetzt sieht, rasten diese Klipse auch sehr schnell wieder ein. Wenn man sowas abmacht, dann kann es immer passieren, je nach Modell und je nach Kunststoffart, dass da verschiedene Klipse auch abbrechen. Hier ist es auch der Fall. Also hier sieht man einen funktionierenden Clip und hier ist einer direkt eben abgebrochen. Jetzt sieht man das weitere Innenleben des Notebooks. Da ist jetzt hier die Hauptplatine zu sehen und hier gibt es noch diverse Unterplatinen. Hier ist dann der Kartenleser und hier ist das Verbindungskabel zwischen dem Kartenleser und der Hauptplatine. Das muss man lösen. Das habe ich schon mal gemacht jetzt hier und das ist genauso wie diese anderen Stecker. Da wird hier oben so ein kleiner Hebel gelöst, so eine Arretierung und dann kann man dieses Flachbandkabel rausziehen. Hier ist nochmal das Anschlusskabel für das optische Laufwerk. Das habe ich gelöst. Und jetzt kann man die Hauptplatine auch schon mal ein bisschen anheben. Die ist aber nur festgeschraubt, da müssen jetzt noch Schrauben rausgeschraubt werden. Hier in diesem Mainboard waren noch drei Schrauben drin, die das Mainboard hier an der Bodenkonstruktion festgehalten haben. Das sind diese drei, die habe ich jetzt schon rausgeschraubt. Das ist hier eine, dann hier vorne ist noch eine und hier ist dann die dritte. Diese Schrauben erkennt man bei den Mainboards meistens daran, dass da so ein kleiner Pfeil drauf ist. Der ist auf die Platine draufgedruckt. So ein kleines weißes Dreieck und das zeigt auf die Schraube, die man da rausschrauben muss oder auch später wieder reinschrauben muss. Wenn diese drei Schrauben raus sind, dann kann man ganz vorsichtig die Hauptplatine hier so hochklappen. Das ist jetzt die Hauptplatine und hier sieht man auch Bestandteile, die man vorher nicht gesehen hat oder gar nicht hinkam. Hier ist der Prozessor drunter, hier ist dann die Grafikkarte drunter, in dem Fall eine NVIDIA. Das ist dann die Heatpipe, die werde ich gleich mal abschrauben. Hier sind noch zwei Kabel, die müssen abgemacht werden. Einmal hier das Kabel an das Display, also das Monitorkabel sozusagen. Und hier hat es noch ein zweites Kabel, das ist die Stromversorgung. Diese beiden Kabel, die habe ich jetzt abgemacht. Das ist einmal dieses Breite hier, das ist der Monitorstecker oder das Monitorkabel. Verbindet also die Hauptplatine mit dem Display, mit dem Monitor, mit dem eingebauten. Das ist so ein breiter Stecker, der hat sehr kleine Kontakte, muss man aufpassen, da geht leicht was kaputt. Und hier drüben auch das Kabel, das ist rausgezogen. Da wird dann jetzt hier das Netzteil angeschlossen. Die Hauptplatine, die kann man jetzt hier so wegnehmen, die ist jetzt ganz lose, da sind auch keine Kabel mehr dran. Die könnte man jetzt hier austauschen oder reinigen oder, das mache ich jetzt gleich mal, die Wärmeleitpaste austauschen. Hier hinten gibt es noch ein Bauteil, was auch ab und zu mal kaputt geht, was man austauschen kann. Und zwar diese Buchse. An diese Buchse wird das Netzteil angeschlossen von dem Lenovo. Dann geht hier ein kleines schwarzes Kabel, das ist hier so ein bisschen versteckt, das sieht man ganz schlecht. An diesen Stecker, den ich ja eben abgemacht habe, darüber wird dann das Notebook und das Mainboard mit Strom versorgt. Und diese Kabel, die brechen manchmal auch oder die Buchse geht kaputt und dann kann man dieses Bauteil hier austauschen. Jetzt sieht man bei dem Mainboard auch die CMOS Batterie. Das ist diese kleine hier. Das ist eine Knopfzelle, die ist hier reingelötet. Die kann man so ohne weiteres nicht austauschen. Das ist auch keine handelsübliche CR2032, wie die in den meisten Notebooks drin ist, sondern irgendwas Kleineres kann man jetzt nicht erkennen. Also wenn man da Probleme mit hat, dass da die Einstellungen nicht mehr gespeichert werden, dann muss man die hier rauslöten und muss ich hier diese komplette Knopfzelle mit diesen Lötfahnen neu beschaffen und dann hier wieder reinlöten. Hier schraube ich jetzt mal die Heatpipe ab von dem Mainboard. Die ist hier in diesem Fall mit sechs Schrauben befestigt. Und die schraube ich alle mal raus und mache dann die Heatpipe hier runter. Die Schrauben sind jetzt alle raus und jetzt kann man die Heatpipe einfach hier so runternehmen und kann die mal rumdrehen und kann sich das Ganze mal anschauen. Und was hier zum Beispiel auffällt, ist hier bei der Grafikkarte. Da ist hier der Dye, also dieser eigentliche Chip hier außen rum. Das ist einfach nur ein Gehäuse, das wird nicht warm, sondern die Wärme entsteht hier. Und hier liegt dann die Heatpipe auf. Und hier sieht man, dass hier gar keine Wärmeleitpaste ist an genau dieser Stelle, sondern die Wärmeleitpaste, die ist hier außen rum gequatscht. Und hier, da wo es extrem heiß wird, ist wahrscheinlich bei diesem Mainboard und bei dieser Grafikkarte keine Kühlung mehr da. Hier nochmal in der Nahaufnahme, das ist die Grafikkarte und hier ist dieser Punkt von der Grafikkarte, der richtig heiß wird. Hier dieses Metallische und hier drüben auf dem dazugehörigen Punkt hier auf der Heatpipe, da ist überhaupt keine Wärmeleitpaste. Wenn man hier so drauf greift, dann fühlt man, dass es ganz trocken ist. Die Wärmeleitpaste, die ist komischerweise hier außen rum und bei dem Prozessor hier drüben ist das ähnlich, aber ein bisschen anders. Hier drüben bei dem Prozessor ist der Prozessor, der eigentliche Prozessor, der die Hitze entwickelt, genau in der Mitte. Und hier außen rum, das ist auch nur das Gehäuse. Und hier ist aber Wärmeleitpaste auf dem Prozessor. Und das sieht man hier, das ist so ein bisschen schmierig. Und hier ist es auch. Also der Prozessor wurde auch bei diesem Rechner gut gekühlt. Dazu kommt aber noch, dass jede Menge Wärmeleitpaste beim Auftragen wahrscheinlich schon direkt hier nebendran gequetscht wurde. Das ist natürlich ziemlich unprofessionell und das braucht man auch nicht. Geht auch hier rüber auf die Platine. Und hier sieht man Wärmeleitpaste, die ist auch schon ausgetrocknet an einer Stelle. Dieses Notebook hatte das Problem, dass es ganz normal lief im normalen Windows-Betrieb. Aber sobald man irgendein Spiel gespielt hat und diese Nvidia-Grafikkarte dadurch aktiviert wurde, dann hat sich das innerhalb von 10 Minuten überhitzt. Das wurde heißer als 90 Grad und hat sich dann ausgeschaltet als Selbstschutz. Und hier sieht man auch schon die Erklärung, warum. Also hier drüben bei dem Prozessor, da wurde die Wärme an die Heatpipe abgegeben. Da ist genug Wärmeleitpaste drauf. Und hier bei der Grafikkarte aber nicht. Hier der eigentliche Bereich, der wurde gar nicht gekühlt. Deswegen wurde die auch sehr heiß. Diese gesamte Wärmeleitpaste, die ist hier außen rum gequetscht. Da gehört die überhaupt nicht hin. Und das erklärt auch, warum der Rechner oder das Notebook hier nach 10 Minuten Spielen immer abgestützt ist. Die alte Wärmeleitpaste, die entferne ich mal. Da habe ich hier ein bisschen Nitroverdünnung. Geht auch mit Terpentin. Mit Alkohol geht es zum Teil auch, aber damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich hier so einen Q-Tip. Und dann kann man das hier ganz prima abmachen. Da lösen sich auch die angetrockneten Reste auf. Die CPU und die Grafikkarte, die sind jetzt sauber. Und hier von der Heatpipe müssen natürlich auch diese Reste runter. Jetzt sind die Chips hier sauber. Und hier hinten die Heatpipe, die ist auch ganz sauber. Jetzt muss noch Wärmeleitpaste aufgetragen werden. Wärmeleitpaste gibt es verschiedene. Da gibt es alle möglichen. Entweder hier von Revoltek gibt es zum Beispiel was in so einem Glasbehälter. Oder hier so in der Spritzenform. Hier sind 30 Gramm drin. Das reicht wahrscheinlich für knapp 100 verschiedene Notebooks, um die hier zu erneuern. Und man braucht da nur ganz wenig. Das muss nur ein hauchdünner Film sein. Diese Revoltek Wärmeleitpaste ist in einem Glasbehälter. Und da ist auch nochmal so ein Pinsel dran. Das macht das sehr einfach. Das ist auch wesentlich leichter dann, als hier das auf einer Spritze aufzutragen. Und das dann zu verteilen. Und wie gesagt, braucht man hier nur einen hauchdünnen Film. So muss es also aussehen mit der Wärmeleitpaste. Die darf nicht zu dick sein. Das ist einfach wie mit einem Pinsel und mit Farbe aufgetragen. So ungefähr sieht das dann auch aus. Das glänzt auch so ein bisschen. Und jetzt kann man hier mal die Heatpipe aufsetzen. Und ich drücke die mal an. Ich drücke die einfach mit den Fingern mal ein bisschen feste. Dann nehme ich die gleich ab. Und gucke mal, ob da auch ein Abdruck unten auf der Heatpipe drauf ist. Und jetzt nehme ich die mal runter und kontrolliere das mal. Das ist jetzt der Abdruck von der Wärmeleitpaste. Also wie man sieht, gibt es hier zwei Abdrücke. Einmal der kleine Chip und einmal hier der größere. Und hier drüben ist die CPU. Die hat also auch einen Abdruck. Und vorher war da nichts. Also das heißt, so ist es richtig aufgetragen. Und so funktioniert auch diese Wärmeableitung in die Heatpipe rein. Diese Heatpipe hat nochmal eine Besonderheit. Hier drüben gibt es nochmal zwei Wärmeleitpads. Das sind so feste Pads. Diese so eine Art Gummiartig. Die leiten auch die Wärme. Und die liegen hier auf diesen vier ECs auf. Die sind aber noch okay. Die sind jetzt auch nicht ausgehärtet. Die sind noch relativ weich. Hier habe ich die Wärmeleitpaste abgewischt. Und habe die nochmal neu aufgetragen. Und jetzt befestige ich die Heatpipe. Hier nochmal ein kleiner Tipp zum Thema Wärmeleitpaste. Das ist ja die Wärmeleitpaste, die ich eben benutzt habe. Und die habe ich hier mal auf diesem Zettel aufgetragen. Wie man sieht, das ist wie graue Farbe. Das ist wie Lack. Das ist ganz homogen. Und hier habe ich nochmal Wärmeleitpaste aus einer Tube. Die lag jetzt hier so ein paar Monate. Und die habe ich hier aufgetragen. Und wie man sieht, hat diese Wärmeleitpaste sich getrennt. In einmal diesen weißen Bestandteil. Und hier vorne ist noch so eine durchsichtige Flüssigkeit. Hier das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Wenn man so eine Wärmeleitpaste hat, die sich in einzelne Bestandteile getrennt hat, dann muss man die wieder verrühren. Und dann kann man die auch wieder benutzen. Man darf die auf keinen Fall so auftragen, dass auf der einen Seite irgendeine durchsichtige Lösungsflüssigkeit wegläuft. Und auf der anderen Seite hängt vielleicht ein ausgehärtetes Wärmeleitpastenmaterial. Sonst passiert genau das. Die eine Seite läuft weg und die andere trocknet an. Und dann gibt es keine Kühlung mehr. Das Board habe ich jetzt wieder eingebaut. Und jetzt baue ich das ganze Notebook mal zusammen und teste das mal. Ich habe das Notebook wieder zusammengebaut und habe Windows 10 hochgefahren. Und mal ein Spiel gestartet. Und hier neben sieht man das Ganze auf dem PC-Monitor. Den habe ich auch hier an das Notebook angeschlossen. Da ist es besser darstellbar. Und da gibt es nochmal ein Programm, das kann die Temperatur der Grafikkarte auslesen. Hier im Hintergrund läuft World of Warcraft. Und das Spiel ist noch nicht mal richtig gestartet. Das ist nur hier der Eingangsbildschirm. Und sobald der lief und hier diese Grafik berechnet wurde durch die Nvidia-Karte, ist der Rechner nach 10 Minuten abgestürzt. Das macht er jetzt nicht mehr. Und hier unten sieht man die Temperatur. Das Programm heißt CPUID-HW-Monitor. Das kann man sich kostenlos aus dem Netz runterladen. Und hier unten werden diese Temperaturen dann angezeigt. Das Programm hat hier zwei Grafikkarten erkannt. Einmal die Intel-Grafikkarte und einmal diese Nvidia. Das steht hier nicht dabei, aber das ist er. Und hier unten ist die Temperatur jetzt gerade 66 Grad. Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, was da gerade berechnet wird. 66 Grad ist vollkommen okay. Ab 90 Grad schalten die meisten Geräte sich dann ab, um sich selbst dann zu schützen, damit da nichts dauerhaft kaputt geht. Unter 50 Grad wäre relativ kühl, aber so 66 Grad, 65 Grad bis 70 Grad, 75 Grad, das ist eine normale Betriebstemperatur. Fazit ist, wenn ihr Probleme habt mit eurem Rechner mit Überhitzung oder dass er sich einfach so mal ausschaltet, dann kann ein Grund dafür sein, dass die Grafikkarte überhitzt, dass zum Beispiel wie hier in diesem Fall die Wärmeleitpaste ausgehärtet ist oder gar nicht richtig aufgetragen wurde. Da lohnt es sich immer mal nachzuschauen. Es kann natürlich auch immer sein, dass die Grafikkarte einen dauerhaften Hardware-Schaden hat, dass der Chip einmal überhitzt hat, die CPU der Grafikkarte, also die GPU, und einen dauerhaften bleibenden Schaden hat. Dann hilft natürlich das Austauschen der Wärmeleitpaste auch nichts. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks haben wollt und wissen wollt, wo ihr euch diese Software runterladen könnt, die die Temperaturen auslesen kann, dann geht mal auf die Seite tooltime.de. Den Link, den findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die in die YouTube-Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch und hier blende ich noch ein paar andere Videos ein. Da seht ihr dann, wie man PCs repariert, die abstürzen oder sich gar nicht einschalten lassen. Wie man Windows 10 installiert, instand setzt oder Festplatten klont. Da seht ihr dann, wie man Drucker repariert. Schaut euch einfach mal um, da sind bestimmt auch noch jede Menge Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.